Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Letzte Staffel, zweite Episode und hoffentlich ist es nicht die letzte Episode. Ein Wildtierkopf. So, wir haben hier gestanden. Sehr schön. Können wir mit Ruby reden? Besser ist es, glaube ich. Na gut. Können wir noch mal mit dem... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich nenne ihn einfach Arschloch. Achso. Rede mit Arschloch. Ich wollte gerade sagen, was ich rede. Geht zuerst, bitte. Ach ja, ist das ein Arschloch. Oh man. Schön. So. Dann... Es war mal eine Leiter. Wie sieht die denn von da aus? Das ist egal. Mitch, komm her und gib mir einen Bust. Warte. Mach sie erst. Wir senden den, den wir nicht verletzen. Das ist eine wunderschöne Sache, zu sagen. Vice sagt, wir brauchen ihr Hilfe, oder? Sie sollte nicht überrascht, seine Hände auszutauschen. Ich gehe erst. Ich bin nicht überrascht. Ich dachte, du würdest es kämpfen. Danke, Clem. Oh man. Das kann jetzt was werden. Der Mitch ist ein echtes Arschloch. Kann ich ja gar nicht ab, ne? Wir haben keine Waffen, ne? Und da soll es ja von Beißern so wimmeln. Drei Stück sehe ich. Na. Jetzt machen sie doch. Du hast ein Messer. Messer, 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 Messer. Geh dir das Messer. Der Eißer ist. Okay. Noch. So. So. So, Tisch, kürtisch. Hallo. Und, nass gerade nicht. Ich würde mir sehen, dass wir das von hinten gekillt. Ah, ne. Doch nicht. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh mein. Wie ein paar Wolken? Okay. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, schau. Wild ginger. Eastern prickly pear, Jerusalem artichoke. False Solomon seal. Let's find that barbed wire and anything else that might be useful. Guter Plan. So. Nimm den Pilz. Ich glaube nicht, dass der essbar ist. Was? Das war für... ...Science. ... ... Ja super, dafür gibt es sogar eine Trophäe. Danke dafür. Hey, damit hätte es glaube ich Spaß gemacht, die Beister kaputt zu machen. Hätte man erst mal Feuer gewusst. Okay. Okay. So reden wir nochmal mit Ruby. Weil ich glaube die Blüte gerade ein bisschen auf. ... ... ... ... ... ... Metallschrank? Okay, finde ich einen Weg, den Metallschrank zu öffnen. Okay, du etwas kränkelicher Bastard. Okay. Ist ja nur meine Meinung. Dibs! Wo hat er die gerade hingesteckt? Äh, egal. Anderes Thema. So. Ähm. Schön. Findet du etwas? Ja, vielleicht auch sinnvoll. Vielleicht? Auch der war ein Spachtel, ich fand. Können wir immer gebrauchen, würde ich sagen. So was, wo wir es finden, um die Tür aufzumachen. Oh, guck mal da. Could be a weapon. Or use it to dig a grave. You weren't there when we dug the holes from Marlin and Brody. We had to use cups and bowls. Took forever. Oh shit. Oh, Brechstange, Brechstange, damit kriegen wir den Schrank auf. Wunderbar. Sehr schön. Könnte Klemmende Schränke öffnen. Danke für den Tipp. Da bin ich aber auch gerade schon selber drauf gekommen. Okay. Wunderbar. Oh, da ist der Stacheldraht. Ich bin einfach gerade richtig gesehen. Ja, Stacheldraht. Das sieht gut aus. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist das Kind von Sachen, die ich nach Hause gemacht habe. Er hat sich immer noch was ablangen. Das ist weshalb er eine schreckliche Junge ist. Gratis. Ich brauche nur ein bisschen Propane und etwas, um einen Spark zu schaffen. Und wir haben uns ein schönes kleine, haupte Explosive. Ich glaube, ich bin voll in seinem Element. Ich habe das Gefühl, dass wir den Rest auch noch finden. Oh, guck mal da. Da ist ja noch eine Tür hinter dem Schrank. Hunkers, nach all der Zeit. Ob das so eine gute Idee ist? Komm schon. Ich drücke X. Oh, oh man. Schwierig. Der hört sich ruhig an. Okay. Okay. Let's see what's inside. Okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Rose. Oh, okay. What's going on? You all right? Oh, you had a scare. That's all. Oh, shit. Oh, no. What? Who was she? Miss Martin. Our nurse at the school. She stayed. Oh, okay. When all the others left. God. She looks... Nicht gut. Sieht nicht gut aus. You can barely recognize her. I'm sorry, Ruby. I... I just... Wish I could make her look like she used to. One day we came out looking for food. Walkers attacked us. Thought we could fight them off, but there were just... There were so many. Miss Martin told us to run, so we did. She taught me how to patch people up. Stitching, local anesthetics, pain killers, fever reducers. I don't think I can't. Take care of her. Would you? I'm sorry. Oh, man. Es tut mir sehr leid. Und? Du. But he's okay? Yeah. Do you need a minute? Come on, guys. Help me find that propane and we can get out of here. Is das n' Arsch? Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Oh, Hans Hünder? Okay, der ist echt gerade in seinem Element Kannst du aber ausprobieren Ich glaube, das ist eigentlich nach so einer langen Zeit nicht, aber ich bin immer davon, dass das für das Spiel da drin Gas drin ist Ja, perfekt Hier Gut, gut, gut Jetzt haben wir alles, was wir brauchen Wir sollten zurück und sagen, die anderen Wir müssen Frau Martin erst Bury ihr? Warum nicht? Es ist ein walker Hilf ich es zurück, du kannst es Nein Frau Martin ist die Grund, dass wir alle leben Und? Wie kann man so kalt sein? 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 Und ich werde sicher, dass alle wissen, dass du mir helfen kannst Dass du ein gutes Herz unter diesem Schmuck hast Hey Schön. Stachel dran mit bloßen Händen anfassen, das wird keine gute Idee. Also ich bin jetzt kein Experte, aber Stachel dran mit bloßen Händen anfassen. Ohne Handschuhe ist glaube ich nicht allzu gesund. Aber naja, das sind ja nicht meine Hände. Ich kann mich aber jetzt noch hören, ich habe mir schon nie Stacheldraht bewegt. Um das mal so zu sagen. Ich habe diese. Ich habe das gesehen. Ich habe ihn verletzt, dass er verletzt wurde, wenn... Sie wissen. Und wo hast du diese? Sie waren 10 Jahre, als er hier kam. Sie sollte sich über A.J.'s Größe sein. Wie geht er? Was macht er? Better. His fevers ist unten. Danke für ihn in. Kein Problem. Also, wir haben eine Greenhouse wieder. Und Bombs. Mitch´s Idee. Ich habe gedacht. Violet sagt, wir beginnen mit diesem Ort vorbereiten. Gut. Sie sind alle gut, dass sie dir bleiben lassen. Für jetzt. Wie geht es dir? Ja, ich bin glücklich. All ich wollte ist, dass sie uns entschuldigen. Ich habe gesagt, sie sind gut mit dir hier, zumindest bis die Raiders sind weg. Das bedeutet nicht, dass sie dich wieder lieben. Jeder andere ist okay mit uns zu bleiben. Was für dich? Es ist okay. Er wird besser. Und danach? Ich weiß nicht, Clementine. Clem? Hey, Kato. Wie fühlst du dich? Better. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallo, Louis. Hey, kleiner Junge. Ich wünschte dich. Sind wir wieder Freunde? Nur ein bisschen schlafen, okay? Louis? Ich bin entschuldigt, dass du schlafen und es ist unsere Schuld. Es war nicht nur du. Marlen, er... Entschuldigung. Ich muss gehen. Ich muss mich bevorzuhren. Ich bin nicht schlafen. Er hat mich geflutig. Er hat mich vertraut. Und er hat bei meinem monopol, wenn Ruby mir alles verteilt. Mäden. Ich werde mich etwas überzuhren. Stimm mich auf alles. Du hab mich damals erzählt, wenn du schlafen. Ich mache schlafen. Ich werde mich selbst überzuhren. Faceit dich auf mich, okay? Okay. Schauen wir uns an die Karten, die Louis kam bei dir. Dann wir schlafen. Es war ein langer Tag. Ja. James war nett, aber ich mag nicht schlafen auf dem Boden. Me neither.